Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren How-To-Tutorial. Mein Name ist Jens Bayer und in diesem Video möchte ich Ihnen die Möglichkeiten des Unterrichtsmaterials universelles Textfeld noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Ja, dazu gehen wir in einen Schulungskurs und zwar habe ich den auch schon verwendet, um in einem anderen Tutorial die Neuerung von Moodle 3.9 vorzustellen, zum Beispiel diese farbigen Formatierungsmöglichkeiten, Farbe der Schrift, Hintergrundfarbe und so weiter und verschiedene andere Dinge, die man eben auch in dem Editor des universellen Textfeldes einstellen kann, um einfach die Kurse auch ein bisschen, ja, ein bisschen peppiger, ein bisschen anschaulicher machen zu können. In diesem Video möchte ich jetzt allerdings auf die verschiedenen Textfeldtypen innerhalb des Materials universelles Textfeld hinweisen und diese kurz vorstellen. Ich habe das im Prinzip schon mal vorbereitet. Auch hier bieten sich viele Möglichkeiten zur Gestaltung von Kursen. Ich zeige es erst mal ganz grob im Überblick. Wir haben also einmal die Möglichkeit, den Textfeldtyp einfacher Text, da kann ich eben ganz simplen Text, aber auch Videos, Links und so weiter einbinden. Da bin ich relativ frei, was den Inhalt angeht. Da ist allerdings dann die Gestaltung des Textfeldes eben relativ simpel, so wie das hier in dem einfachen Beispiel aussieht. Dann die anderen Möglichkeiten, wie beispielsweise hier der Textfeldtyp Thementeaser. Da sehen Sie, dass der sozusagen nach ein paar Sekunden automatisch zu dem nächsten Thema switcht oder aber man geht hier vor und zurück und da verwendet er sozusagen als Teaser, also als Einspieler die voreingestellten Themenüberschriften, also die Abschnitte, die wir in unserem Kurs schon eingestellt haben. Daneben gibt es den Textfeldtyp Karussell. Der Unterschied zu dem Thementeaser ist der, dass hier nicht die Abschnitte dargestellt werden, sondern frei wählbare Themen, Bilder, Filme, Links oder was auch immer. Auch hier kann man das einstellen. Das geht automatisch oder man klickt einfach weiter. Die dritte Variante, die so ähnlich aussieht, ist der Textfeldtyp Gitter. Hier haben wir die Möglichkeit, verschiedene Kacheln zu installieren, die dann wiederum auch mit Links etwas aufzeigen, also zum Beispiel Definitionen, die sich dahinter verbergen und dann kann man damit auch sehr schön seine Kurse gestalten. Die letzte Variante, die es noch gibt, ist der Textfeldtyp Kursteaser. Hier bedient sich sozusagen dieses, ja, dieses Karussell, dieses Weiterklicken bedient sich schon vorhandener Kurse. Das heißt, ich kann hier beispielsweise auf Kurse verweisen, die relevant sind zu diesem Kurs oder für die ich Werbung machen möchte. Auch hier kann ich das Voreinstellen oder mit Weiterklicken einfach durchscrollen. Und dann kann ich natürlich auch hier mit dem Klick auf den Kurs direkt in den Kurs gelangen. Das sind die verschiedenen Möglichkeiten, die das bietet. Und jetzt schauen wir uns die mal der Reihe nach an. Da muss ich aber hier das Bearbeiten einschalten aktivieren. Und dann gehe ich hier in Inhalte ändern, wenn ich dort sehen will, was da drin ist und wie ich das verändern kann. Das ist das, was ich in anderen Videos ja schon vorgestellt habe. Das einfache universelle Textfeld mit dem einfachen Text. Hier ist die Vorauswahl der verschiedenen Möglichkeiten. Und hier kann ich dann aber einfach, ist hier relativ, hier kann ich natürlich schon auch die ganzen Formatierungsmöglichkeiten nutzen, wie in einem Texteditor. Ich kann aber auch hier Verlinkungen einbauen. Ich kann hier Texte aus Word-Dateien integrieren, Videos, Emojis mittlerweile und und und. Das alles, wie gesagt, habe ich in anderen Tutorials schon vorgestellt. Das ist jetzt hier noch nichts groß Neues. Was ich bisher noch nicht gezeigt habe, sind diese anderen Möglichkeiten. Nämlich einmal hier den Themen-Teaser. Da gehe ich mal drauf, wie das aussieht, wenn man den einstellt. Hier in der Beschreibung kann man kurz erklären, was zu sehen ist. Das muss man aber nicht unbedingt machen. Das kann man auch hier ausklicken oder einfach freilassen. Und was hier halt praktisch schon voreingestellt ist, dass die Themen, die Abschnitte meines Kurses direkt in dem, ja ich sag mal in diesem Karussell, in diesem Teaser nacheinander gezeigt werden. Das heißt, da bedient er sich der schon voreingestellten Themenüberschriften. Hier brauchen wir jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, was man da alles einstellen kann. Das zeige ich dann einmal bei einem anderen. Das sieht man dann, hier kann man das weiterklicken. Das sind die Themenbereiche, die es hier in dem Kurs gibt, was man alles so mit Moodle-Aktivitäten machen kann. Das nächste wäre das Karussell. Hier, wie gesagt, sind frei definierbare Inhalte für diese weiterlaufenden, durchlaufenden Bilder. Man kann einmal auch wieder einen beschreibenden Text einfügen oder auch Bilder, Dateien, was auch immer. Und dann hat man hier die Möglichkeit, einmal das Karussell zu definieren. In der Darstellungshöhe kann man hier, dass das kleine oder größere Abschnitte sind. Hier kann ich einstellen, in welchem Intervall die Kacheln abwechseln sollen. Und dann kann ich hier Kachel für Kachel definieren, indem ich entweder einen Text eingebe oder auch hier diese Bilddateien, die ich hier eingebaut habe, die dahinter liegen. Man könnte hier auch einen Link, der beispielsweise dann auf eine Datei oder auf ein Bild oder auf eine Website oder sonst was hinweist, einbinden. Und dann kann man hier nochmal, falls man unterschiedliche Dateigrößen hat, vielleicht noch ganz kleine Bilder halt eben auch für Smartphones beispielsweise einbauen. Und so kann ich das Kachel für Kachel machen. Also das ist die Möglichkeit des Textfeldtyps Karussell. Und dann habe ich noch die Möglichkeit mit dem Textfeldtyp Gitter. Da kann ich im Prinzip noch mehr machen. Ich hatte es ja eben schon kurz vorgestellt. Ich zeige mal, wie das aussieht. Ich kann wieder einen beschreibenden Text vorweg stellen und den anzeigen lassen. Dann kann ich ähnlich wie beim Karussell die Gitter spalten. Also ich habe jetzt hier vier gewählt. Das kann man zwischen eins und sechs variieren lassen. Und diese Voreinstellungen kann man auch noch verändern, wenn man das möchte. Genauso wie die Höhe. Und dementsprechend ist es ähnlich aufgebaut. Aber ich habe halt hier noch die Möglichkeit innerhalb der Kachel einmal einen Titel zu vergeben. Das ist dann das, was unter der Kachel steht, unter dem Gitterbild. Dann kann ich hier wieder einen beschreibenden Text einfügen oder dann wieder entweder Bilder oder Dateien oder URLs verlinken. Das kann ich hier alles mit rein machen und das auch für jede Kachel. Und hier kann ich sogar auch noch weitere Kacheln hinzufügen, wenn das Ganze noch umfangreicher werden soll. Und dementsprechend habe ich sehr viele Möglichkeiten mit dem Unterrichtsmaterial universellem Textfeld meine Kurse ein bisschen schöner zu gestalten. Und Sie können sich ja mal ausdenken, was Ideen entwickeln, was man da, wie man das in den Unterricht einfließen lassen kann. Gerade hier so diese Möglichkeiten, dass man hier durch draufklicken auch dann wieder weitere Informationen erhält und das Ganze wesentlich schöner auch zum durchgehen, zum bearbeiten ist, als wenn das einfach nur linearer Text wie in den ganz einfachen Moodle-Kursen. Okay, das ach so, ich habe noch vergessen, dass wir den Kurs-Teaser. Das ist auch relativ einfach. Schauen wir uns an, ist alles ähnlich aufgebaut. Wir haben einen einführenden Text, der angezeigt werden kann. Und dann kann ich, das ist hier das andere, ich habe hier die Darstellung als Karussell gewählt, das kann man aber auch als Gitter machen. Das kann man hier kombinieren bzw. auswählen. Und was hier anders ist, man kann hier aus vorhandenen Kursen. Entweder kennt man die Kurs-ID, dann kann man die eingeben oder danach suchen. Oder er bietet mir halt auch hier schon voreingestellte Kurse aus unserem Moodle an, die ich dann auswählen kann. Sie sehen es ja hier oben, das sind die vier ausgewählten, die dann eben durchlaufen durch das Karussell. Das ist jetzt hier nicht so attraktiv in der Darstellung, weil halt die Kursbezeichnungen ohne Bild und alles eingerichtet wurden. Auch da denke ich, kann man das noch, wenn die Kurse selbst auch z.B. mit einem Kurs-Bild noch verknüpft sind, kann man das noch ein bisschen attraktiver gestalten. Ja, das soll es erst mal gewesen sein zum Thema universellem Textfeld und was man damit alles anstellen kann. Ich wünsche viel Spaß beim selber ausprobieren. EINEM 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 Untertitelung des ZDF, 2020